so jetzt ist sonntag so und wenn jetzt kein sonntag tut mir leid jetzt ist sonntag hahaha haben wir von auch kein sonntag keine ahnung okay spielen wir so was müssen wir machen hier ist die 1 drück war drauf abholen abholen hört sich gut an und war keine ahnung wofür aber wir holen es ab ok ok jetzt kaufen energie geht mir energie ok meine crew 1 fünf weitere plätze kaufen 250.000 ich habe gerade mal 42.000 ich glaube nicht anlegen anlegen ok was ist das ok dann haben wir das jetzt so wie kommen wir zurück ok wir waren bei der frau gewesen jawohl salutieren und und 1 1 boom sind wir gut also da geht es nicht mehr weiter leider wo leuchtet noch was gelbes wo darf man drücken ich drücke mal da drauf ok was passiert ich habe null oder aber wieder abholen und da erfolge abholen wo wo noch mehr abholen wo und jetzt da drauf zeit portal größte geld zeit portal ich würde kein geld ausgeben ich habe davon null abholen was habe ich mir abgeholt zisco wer ist disco ich kenne mich leider nicht so mit star wars aus mit star trek noch glaube ich stimm ah so changes chuko pop 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 yeah und spocky den kenne ich ja ich kenne auch dich kassast poky ja oh ein glücksrad drehen das wird ich doch kosten credit nicht umsonst gratis drehen Video anschauen. Ich schaue mir das Video an, dann mache ich einen kleinen Cut und dann drehe ich. Also bis gleich. So, ich habe mir das Video angeschaut. Kann man jetzt drehen? Nochmal Video anschauen. So, ich darf jetzt so drehen. Hurra, ich musste mir zwei Videos anschauen. Hm, was war das für ein Dreh? Naja, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Dann haben wir da jetzt bei der Crew, weil wir haben ja Dingens gewonnen, was wir anziehen. Und wer darf sich das anziehen? Wer darf? Das ist jetzt der stärkste. Zack. Gegenstand anlegen. Hm, gut. Ähm. Abbrechen. Da auf das X drücken. Jetzt da wieder eine Belohnung gekriegt. Einen Erfolg abholen. Dann kommt jetzt die Karte der Galaxie. Eine Mission. Okay, wir sollen sie vertreiben. Welcher Charakter Crew aus? Als erstes kommt mit. Der ist episch. Den nehmen wir mit. Und die sind nur grau. Ich denke mal, die muss ich bald wegschmeißen. Cisco? War da nicht zweimal Cisco? Hier auch. Dann die. Seven. Und Dada. Cass. Zero. Der hat auch was angezogen. Der darf auch mit. Und da drauf. Einfach. Einfach. Okay. Oh. 14. Erfolgreich. Einer, der schießt zwölf. Ich hab keinen, der schießt. Ich hab auch keine, der das hat. Schwer. Schwer. Ah. 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 Verloren? Ah. Ah. Rückschlag. Ah. Einer, der schießt. Einfach. 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 Hört sich gut an. Ah. okay da muss man wahrscheinlich sich irgendwie genau ausdenken wer gucken wer was kann und das habe ich hier einfach und da muss man wahrscheinlich mal gucken was gut ist für was und ob man wenn man das einnimmig hat doch mal was anderes vielleicht machen können ich habe es geschafft super ich kann nicht sagen ob die einnahme und der ausschließliche verlust vulkans unser größter triumph oder unsere schlimmste niederlage ist die federation hat die stärke der terranischen imperiums des terranischen imperiums aber nicht dessen grausamkeit vielleicht wird zwischen uns eines tages frieden herrschen das hoffe ich auch vielleicht finden sie bis dahin ein ort in dieser universum in diesem universum oder verlassen sie die federation und es könnte frieden geben oder sobald wir alles gänzlich erobert haben ja dann wird es frieden geben ah machen wir das hier zeitportal ey ey was war das ok 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 ich will zurück zeitportal nein drehen darf ich wieder drehen nein ich darf noch nicht drehen ah scheiße in einer stunde und zwei minuten darf ich wieder drehen glaube ich da kosmos hey eine truhe nice nice geld 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 nein 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 ehrenhalle ok oh kann man sich leute kaufen Boni? Habs hier Boni geschenkt? So, jetzt werden wir hier zurückgegangen, ich hab gesehen, dass hier Backup School Abholen, 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 Energie, Abholen, Abholen, Jawoll, alles abgeholt und jetzt, was wir scannen, bestätigen, oh, da kann man auch was abholen, Abholen, so, das werden wir jetzt die nächsten drei Queste, ich würde mal sagen, das war's für heute, ich hoffe ihr hattet Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, ich hol mir noch schnell das Ticket ab und einlösen, fertig, das war's, auf Wiedersehen, Buh-bye! 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 Buh-bye!